Hallo zusammen, ich bin Lara und sie nennt mir auch Lara. Wir arbeiten hier im Fienisberg, unser Dorf, als Fachfrau Gesundheit. Nehmen Sie doch gleich mit unseren Alltag und zeigen dir, dass das dein Traumjob ist. Kommt doch mit! Meine Haupttätigkeiten sind unter anderem zu pflegen, die Medikamente zu verteilen und auch den Blutdruck zu messen. Ich lehre hier im Fienisberg, wechselt man alle Ausbildungsjahre, Abteilungen. Die Abteilungen haben verschiedene Schwerpunkte, also Pflege oder Betreuung. Ich habe mich hier im Fienisberg beworben, weil der Betrieb sehr gross und vielfältig ist. Als ich die Lehre hier im Fienisberg angefangen habe, wurde ich vom Team sehr herzlich aufgenommen und bin sehr gut in die Sachen eingeführt worden. Im zweiten Lehrjahr beginnt man dann die Verantwortung über Medikamente zu übernehmen und im dritten Lehrjahr auch die Tagesverantwortung zu machen. Wenn du hier deine Lehre im Fienisberg anfängst, erwartet dich ein grosser Betrieb, eine lehrreiche Zeit und ein Team, das dich unterstützt. Die Lehrlinge unterstützen, in den verschiedenen Tätigkeiten und einander Tipps zu geben. Ich hoffe, dir hat der Alltag hier bei uns im Fienisberg gefallen. Dann bewirb dich noch jetzt hier auf das FHG. Bis bald! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020